Was ist das? Verleid machen für Befehle! Zeige ich doch ein Bär! Okay, nicht im Tiefschnee laufen. Habe ich verstanden. Nein! Ich wollte wirklich hüpfen. Ich habe nicht gehüpft. Ich wollte wirklich hüpfen. Ich hab ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Wie ist das? Was ist das? Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Das ist das. Toll! Hm. Wir sind jetzt erfroren und gestorben. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen. Ich muss da rangehen. Ich muss die Wunde verbinden. Heilende Ressourcen, okay. Hier liegt zufällig auch eine Kiste mit einem Verband. Hallo, da ist eine Kiste. Hallo, da ist eine Kiste. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was da hat Trinity da unten? Okay, wir müssen an den Bären vorbei. Wir konnten uns allerdings heilen, eher nicht. Also schauen wir mal, was wir machen können. Weißt du, das ist Licht auf dem Boden. Wir nehmen mit, was nicht miet- und nagelfest ist. Und wo genau sitzt der Bär? Wie ist er hier rausgekommen? Ich glaube nicht, dass er über das Eis geklettert ist. Hier ist der Mononyx. Hier ist der Mononyx. Ah, okay, jetzt noch nicht. Ich bin nicht bereit für den Bären. Ich brauche was stärkeres als diese Pfeile. Ich glaube, einmal Fliegenpilze waren in einer Höhle. Ich weiß aber nicht mehr in welcher. Hier. Ich habe doch gerade zwei Pilze gepflückt. Wieso habe ich denn jetzt nur zwei? Verstehe ich nicht. Finden Sie Stoff. Soll ich denn jetzt Stoff hernehmen? Vielleicht hier von der Fahne? Soll ich denn jetzt noch nicht mehr? Und Jetzt wirklich? Bei der Plattform waren wir, bei dieser Plattform waren wir, gab es noch eine? Finden sie Stoff für ein Upgrade? In der Höhle glaube ich nicht. Könnten wir ja noch vorstellen, hier bei dem hier, dass wir den... Dann vielleicht, wenn wir das Reh umbringen? Dann... Ah Naja, langsam wird's ja wieder. Nicht wirklich schnell, aber vielleicht... Finden Sie Stoff. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, was ich noch suchen soll. Oder wo? Ach so. Umwickelter Griff. Ein lederumwickelter Griff bessert den Griff beim Führen mit einer Hand, wodurch beidhändig ausgeführte Nahkampfangriff-Kombos möglich sind, die sogar gepanzerte Feinde niederschlagen. Okay. Killer-Axt. Schauen wir bei Fähigkeitenpunkten nochmal rein. Was gab es hier noch? Munitionsmenge. Tiere glühen. Nee. Überlebende. Ja. Nee. Kämpfer. Kämpfer. Ich glaube, wir nehmen Ausweichkonter. Das hat mir schon öfters mal geholfen. Wir nehmen mal Ausweichkonter. Und dann würde ich sagen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause und esse erstmal was. Wobei Aufnahmepause heißt, dass ich nächstes Volk weiter spiele. Vielleicht auch schon Dienstag. Mal gucken. In dem Sinne, bis dann.